Mitten im wahren Russland. Einem Russland, das Fremde nie erleben, gibt es eine besondere Ballettakademie, die von einem berühmten Choreografen geleitet wird. Gespielt von Robert Englund. Diese Ballettschule steckt voller Geheimnisse. Eine Tanzakademie, für die Studenten alles tun würden, um aufgenommen zu werden. Die Lehrmeister schrecken vor nichts zurück, die Akademie an die Weltspitze zu bringen. Es ist Russlands prominenteste Ballettakademie und ein Haus des Grauens. Eine Gruppe von auserwählten Tänzerinnen aus aller Welt träumen davon, als prima Ballerina in St. Petersburg Ruhm zu erlangen. Aber nur wenige sind auserwählt, die Aufnahme zu bestehen. Die Abschlussprüfung kann den Tod bedeuten. Nur eine überlebt in Danse Makabre. Ein ganz besonderer Albtraum mit Robert Englund in der Hauptrolle. House of Pain. Wenn der Vorhang sich hebt, beginnt das Entsetzliche.